Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Dorit David, Strandhafer Ihr langes Haar war glatt und fein wie das einer Asiatin. Nur die Farbe war aschblond und an einigen Stellen war es von helleren Strähnen durchzogen. Wenn sie sprach, dann leise. Man wurde an das Murmeln eines kleinen Baches erinnert oder an das Rauschen eines mäßigen Windes hinter geschlossenen Fenstern. Wenn sie an den Menschen vorbeiging, wich sie aus wie eine Strömung. Unauffällig und gleitend. Wie ihr Name. Marianne. So huschte sie auch an mir das erste Mal vorüber. Das war vor sechs Wochen. Ich besuchte gerade meine alte Tante in der Seniorenresidenz Echolot. Ein modernes Gebäude mit ringförmig angeordneten Gängen unweit des Strandes einer winzigen Insel. Der Name des Heimes erschien mir spröde. Und außerdem reimte er sich auf Tod. Marianne glitt an diesem Nachmittag mit einem Tablett an mir vorbei, wie viele der Altenpflegerinnen, die hier in Schichtarbeit ihren Dienst ableisteten. Zahllose Tag- und Nachtschwestern. Kommend und gehend wie Ebbe und Flut. In Wellen. So klein und kraftvoll, wie sie begannen, so versiegten sie zum Ende ihrer Schicht und reihten sich ein in den immerwährenden Tag- und Nachtrhythmus dieses Heimes. Alle unauffällig. Alle freundlich. Alle stetig. Bei jedem meiner Besuche in der Seniorenresidenz Echolot wunderte ich nicht. Vielen Dank.